In wenigen Wochen gehen Sie zur Kommunalwahl. Vielleicht fragen Sie sich, weshalb Sie die Linke wählen sollen. Seit einigen Monaten bin ich Oberbürgermeisterin von Schwerin. Es zeigt sich immer klarer, dass wir für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung auch die öffentlich geförderte Beschäftigung brauchen. Gerade weil wir die Sorgen und Nöte von den vielen kennen, die von Hartz IV leben müssen oder von ihrer Arbeit nicht leben können. Wir sagen auch, auf mehr soziale Verantwortung und Gerechtigkeit kommt es an. Nur so haben Junge und Alte gleiche Chancen. Nur so haben besonders Familien bei uns eine Zukunft. Deshalb setzen wir auf kommunales Eigentum und kämpfen gegen den Privatisierungswahn. Wenn wichtige öffentliche Einrichtungen privatisiert werden, haben wir alle nichts mehr zu entscheiden. Und nur mit starken öffentlichen Einrichtungen und mit aktiver öffentlicher Hilfe ist ein selbstbestimmtes Leben für uns alle möglich. Deshalb geben Sie uns gemeinsam eine Chance und der Linken bei den Kommunalwahlen Ihre Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank.